Wappapau und herzlich willkommen zu Hexed Remastered mit dem Weitlauf-Sorkel. Hallo. Hallo, ich bin Malu. Hoi, Herr Rio. Hoi, Rimi. Auf welcher Höhe findet man Aluminium? Wird der Fuchs jetzt schon faul? Wir haben noch. Ah, nee. Ja, das ist ja nicht alle Leute faul, oder? Unglaublich. Schlimm, sowas. Wie kann man das nur machen? Ich weiß auch nicht. Wer würde sowas tun? Ja, Miri. Ganz dünnes Eis. Warte. Geh, hol du mal ein männliches Chocobo, bitte. Ich habe keinen Gülsal. Ach, da gibt es auch noch männlich und weiblich. Die vermehren sich nicht einfach durch sich selbst. Oh, Louis, hast du Gülsal? Ach, ich habe doch Gülsal. Ah, mein Spiel ist gecrasht. Oh, nein. Oh, Mann, fies. Ich habe gar nichts mehr, nur Sand abgebaut. Was zum Geier. Ja, dann bauen wir mal keinen Sand mehr ab, würde ich sagen. Das war gemein. Hast du das mit deiner einen Schaufel abgebaut? Für die ganze Zeit mache ich es mit derselben. Hä, was ist los mit dir? Warum wird der nicht gezämpft? Aufgebaut, sag mal, Sora. Wie viel Gülsal muss man denn denen teilweise geben? Manche sind verfressen. Ja, dem habe ich jetzt neun gegeben und es war nicht genug. Ja, mir musst du auch manchmal neun geben. Ich suche jetzt einen neuen Chocobo. Ich habe gar keinen Sand. Wie nice. Hier musst du auch manchmal neun geben. Oh. War Deckmoges noch Sand? Eine Witches Altar, okay, von Bewitchment. Da will ich unbedingt den Hut haben. Nein, nein. Oh, wie niedlich ist das denn? Habe ich gefunden in so einem komischen Stall. Aha. Aber es sagt immer nein, ne? Also es schüttelt den Kopf. Ich glaube, das mag dich nicht. Aber, aber, aber. Ich habe es doch gerettet. Aber ich glaube, es mag dich nicht. Aua, hallo im Haus. Was ist denn das? Herr Leicht? Ich fand's mir im Weg. Ach. Ach, wir spielen jetzt so, ja? Die planten wir auch im Weg. So. Brechheit. Der, ähm. Wer? Also, wir waren ja die letzten Folgen so ein bisschen, ich weiß nicht, 15 oder so. Sicher? Warum? Ach, nicht. Also, ich habe mich auf jeden Fall ein bisschen umgesehen und so ein Riesenaltar habe ich leider von Astral Sorcery nicht gefunden. Was jetzt auch der Grund dafür ist, dass ich das jetzt erstmal hinten anstelle. Es sei denn, ihr möchtet unbedingt, dass ich die nächsten 25 Folgen... Ja, möchte ich. Ja. Aha. Thanks. Genau. Ja, ich hab's kapiert. Ich mach mir Angel Rings. Ach, was? Was? Ach, du wolltest meinen Schokobo einführen, oder was war das gerade? Feines Shakes. Nee, was ist denn daran fein? Er, er stand hier mit dem Bogen in meine Richtung und so, sondern wollte Geld oder Leben. Wahrscheinlich Schokobo unternehmen. Geld oder Schokobo. Können wir meinen Schokobo hier einführen? Echt mal, ich find das auch nicht. Wo kommen wir denn hier? Wo kommen wir denn dahin, wenn wir hier dann nach dem Schokobo begehren? Hallo? Luri, hast du den Sattel? Nee, den musst du hier leider neu craften. Kannst du das eben machen? Ich hab hier den Schokobo gezämmt und der bringt sich nur um, wenn ich ihn jetzt hier allein lasse. Ja, warte, ich baue eben den Stall, die drei Blöcke zu Ende. Ja, die Schokobo ist hier echt so eine Art, wo eine Eigenschaft so... Da ist ein Loch, da springe ich rein. Da könnte ich sterben. Da könnte ich sterben. Schenks! Boah. Was habt ihr gemacht? Er hat meinen Schokobo entführt. Oh. Da ist es doch wesentlich besser aufgeholt. Er will hier nur als Röstfleisch beim Drachen anbieten. Das ist nicht fair. Also das würde ich wirklich nie machen. Also, Leute. Nein, nein, du solltest in das Loch. Ich wollte dich in das Loch tun. Irgendwie ist es hier so komisch. Palui, weißt du das? Wieso? Wo sind sie denn alle? Komm mal her. Geht gerade nicht. Ich muss eben... Palui, wo ist er denn? Wo ist der Sieb? Er hat ihn wiedergebracht. Deswegen ist alles okay. Aha. Okay. Palui, 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 wo bist du? Hinter dir. Wo? Wo ich denn das kreieren hab? Da. Guck mal. Habe ich gefunden. Was denn? Ich finde immer irgendwas. Blue Fox, was machst du denn? Was ist deine Wohle? Fox hat eigentlich Spaß mit Rachen? Weiß ich nicht. Spaß mit Flaggen. Ich glaube, das war Palui. Was ist das hier? Das ist die Außenseite von unserem Dings. Oh Gott. Ja, ich hör dich. Ich rette dich. Wo ist das? Best Friends forever. Oh, ich hab ein Pferd gezämmt, aber ich hab keinen Sattel. Palui, wo ist das? Es hat geschrien. Ich hab's gehört. Doch, wir haben einen Sattel. Ich geh gucken. Was denn? Was suchst du? Wir haben einen Sattel im System, Miri. So, Miri, wo bist du? Wo ist dein Schokobo? War für mein Pferd. Der dritt man da drauf. Das ist mein Schokobo. Es ist schwarz. Alles gut. Ich nehm das hier. Dann gib mir was. Komm mit, Männchen. Hey, hey, Fünx. Fünx. Schnell. Fünx. Lass es doch hier. Wir sind heute echt nett. Fünx. Ich wollte das gerade vermehren. Ja. Du klaust mir den Content von meiner Folge. Würdest du das bitte sein lassen? Krass. Hart. Ja. Der Schokobo geht und tötet sich. Siehst du, es mag dich nicht. Boah. Das mag dich einfach nicht. Und jetzt, wie vermehrt man die? Du, anstrengend. Ich weiß gar nicht. Sora, wie vermehrt man Chokoboos? Äh, Lovely oder Golden Gysal geben. Golden Gysal gibt's gar nicht mehr. Nee, das war ja, glaube ich, dann, um das zu verbessern. Dann gibt's nur Lovely Gysal. Ach du Scheiße. Ah ja, Lovely Gysal. Pinke Farbe. Oh, nee. Okay. Ja, das ist so Rastgebiet, ne? Hab ich jetzt mit pinker Farbe zu tun? Sag mal, Fünx, machst du uns hier so einen Hintereingang eigentlich, damit man in die Base kommt? Ich hab gehört, das warst du hier, ne? Was? Ja, das hier. Nein. Hat mir grad jemand gesagt. Ach so, das war der Zauber, ja, da kann ich auch nichts für. Ach. Ja, man hat mich getrickt, ja? Was war ein Trick? Was denn? Aha. Mit dem Zauber, der alles von er den Stein verwandelt hat. Ach so, da war ja was. Das war ich nicht. Nein, nein. Ich guck mal, wo man da hinkommt, jetzt. Ich höre jemanden bauen. Ja, Fünx, wenn du mich zu mir ergräbst, dann bist du noch hinter den Öfen. Ja, das ist klar. Ach, da ist der Leibstorm. Ja, mit Leibstorm habe ich aufgefüllt. Aha, okay. Ja, interessant. Du musst, äh, wenn du neben den Öfen willst, guck mal durch die Wand, hier bist du neben den Öfen. Ja, dann komme ich da durch. Ja, du kommst jetzt genau auf das. Ja, guck mal, das ist doch perfekt. Aha. Was zum. Okay, dann kannst du das ja auch füllen hier. Blue Fox kriegst du erst da mit deinem Drachen auch nochmal hin oder eher nicht so? Nee, immer. Also Blue Fox wird halt für den Ende, bis zum Ende dieses Projekts einfach nur sterben. Nee, der meisten Tode, also passt schon. Am meisten Tode hat momentan Zora. Das lässt sich ja wieder ändern, ne? Ja, komm her, Baloui. Nein. Aus jetzt. Baloui versucht gerade produktiv zu sein. Oh. Alle sind still und begeistert. Das ist aber nicht nett. Ich glaube, er erstaunt. Hallo, es ist nett sein. Guck mal, Baloui, ich habe einen Schokoburger, Sam. Glaubst du, mit dem können wir die vermehren? Du hast ein Pferd gezämmt, oder? Nein, das ist ein Schokobo. Du hast ein Pferd gezämmt, richtig? Nein, das ist ein besonderer Schokobo, er kann nicht fliegen. Ein besonderer. Aber Louis. Toll, ja. Ich bringe den mal zu den anderen Schokobos. Jetzt habe ich mich verstanden, was Sogar gesagt hat, was? Hast du dir mal ein Backpack jetzt gemacht? Wieso? Nö. Ja, gut. Ach, ja. So, jetzt hier, macht mal ein bisschen Liebe bitte und bringt uns mal. Machen Sie bitte Liebe. Hier, guck mal, Franks, hier ist was für dich. Gucken wir uns mal die Stadt an. 20, 30, 10 und 20, 30, 10. Männlich, weiblich. So, hier, einmal bitte vermehren. Was zum Geier? Ich habe was für dich. Oh, sie haben ein Ei gelegt. Warum legen Schokobos Eier? Die sind viel zu groß für Eier. Guck mal, wie stolz die beiden Eltern sind. Ja, viel zu groß für Eier. Hast du auch Eier gelegt? Nein. Sie sind zu groß zum Eierlegen, bitte hören Sie damit auf. Aber, okay, in meinem Verständnis sind die nicht wirklich Eierlegt. Ist ja egal. Was denkst du, was schlüpft? Also, Schokobos, ein Stamm, ja, dem Final Fantasy Universum, ne? W-w-was, ja. Und, ich weiß nicht, du hast doch auch schon ein bisschen Final Fantasy gespielt. Da geht es auch um Schokobo Eier. Okay, das habe ich noch nicht so mitgekriegt. Hallo. Hallo. Das sind unsere Schokobos. Das eine ist schwarz. Das ist ein bisschen anders. Mach du zu, mach zu, mach zu, mach zu, dann schokobo kriegt Schaden. Ach du Scheiße. Oh, verdammt. Ach du, das ist ein Maschinengewehr, Dingens. Welcher Idiot lässt denn schon wieder Tag? Och, Mann. Wie schießt die hier rein? Das Ding hier schießt er. Schoss. So. Ich habe es mal kaputt gemacht. Es war nur Ballonies-Blinger, die Schokobo. Also, das ist jetzt nicht nett, ne? Das ist echt nicht nett. Aber es war das Schokobo, das sowieso nicht leben wollte. Ja. Ja. Ja, es sind jetzt noch zwei Schokobos da. Ja. Ja. Und ein Ei. Ich nenne dich einfach Günther. Anstelle, dass einer von euch mal ins Bett geht, ey. Dann sag doch, dass der Held draußen nacht ist. Guck aus dem Fenster. Wir haben keinen. Außer liest du bei mir im Bett. Bei Louis bringst du wieder einen Sattel mit, dann können wir, oh, ich habe wieder ein Schokobo-Fleisch bekommen. Ich habe ein Foodbag. Da war ein Rabbidsuit drin, das ist toll. Wo sind denn die nächsten Schokoboos? Ja, genau. Ja, also die waren eigentlich gar nicht mal so weit weg. Nie. Warum nur komm ich zurück? War nämlich da hinten, bei dem Drachen. Dreh am Rad, dreh, 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 dreh. Ja, aber halt, also da waren zumindest welche. Aber vor dem Drachen, nicht bei dem Drachen. Jetzt hat das Baby Schokoboos keine Mama mehr. Doch, doch. Nein, das Mama-Pokémon ist gestorben. Doch, doch, das Pferd. Das Mama-Pokémon. Mama-Pokémon. Hallo, ich brauche noch einen Sattel. Kommst du gleich hinterher mit dem Sattel? Nein, Chef Füchse ist schuld, dass das Ding gestorben ist, weil er übrigens im Weg stand. Ich habe dich gerettet. Es hatte Agro auf dich und anstelle, dass du es checkst, hast du es abschießen lassen. Ja, toll. Weißt du, du bist zu unfähig, deine Schokoburst zu beschützen. Ich habe dich beschützt und jetzt bin ich dran schuld. Ja, ist klar. Nein, die Widerwede. Oh, Schuld Füchse. Ja. Dass du überhaupt von was anderem ausgehst. Ja, entschuldige. Mein Sorgewollton. Das war nicht der Plan. Da vorne. Da vorne sieht es nach Drache aus. Nein. Ich habe ein bisschen Angst. Könnte lecken. Guten Abend. Ja, ich gehe dann morgen zurück. Ich passe auf dich auf. Ah. Und ich sterbe jetzt. Könnt ihr mir bitte sagen, wann ihr die Nähter, wenn ihr alle Viecher im Nähter aggressiv gemacht habt, die zum Portal gebracht habt? Das weiß ich nicht. Oh, Mann. Ich war es nicht. Ich war einmal im Nähter. Sonst noch gar nicht. Ich war noch gar nicht im Nähter. Sora, kannst du einmal mitkommen und einmal aufbauen? Du hast doch die schlechte Rüstung bei uns, oder? Ich bin... Nein, du schenkst. Ich muss dir Schenke sind Kämpfer dazu. Ich meine, das war hier vorne dann. Okay. Äh, ich bin den Beauty. Er ist wahrscheinlich AFK. Sag mal. Wenn ich zu Hause bringen, kannst du gerne meine Rüstung haben. Okay. Ja, darüber. Okay. Wir haben das Gefühl, dass wir letztens hier im Kreisreihe laufen. Nee, wir laufen ja alles in dieselbe Richtung. Wie kann man dann im Kreis laufen? Also ich glaube, Baloui schafft das, aber... Wo laufen wir nur hin? Da du ja unterwegs bist, wir brauchen... Also ich brauche nur noch diesen Juniper-Säppling. Und einen Akazien-Säppling, ja auch noch gut. Es ist noch bei... Juniper und Akazien? Ich weiß nicht. Ich glaube nicht. Sag mal, du verarschst uns doch. Du lässt uns hier einmal irgendwo hinlaufen, damit wir von einem Drachen getötet werden. Das macht so viel Sinn, Baloui. In welcher Welt macht das bei dir... Naja, wenn dein Inventar leer wäre. Ja, aber dein Inventar ist leer. Ne, da drüben. Da sind Schokobus gewesen. Gibt es einen Snack für unterwegs? Ich habe vier Bären dabei. Hätte ja mal sagen können, dass du eine Weltwanderung mit uns machst. So, da drüben waren Schokobus. Waren. War der Drache da oder was? Nein, der Drache da hinten. Oder drüben steht ein Schokobus. Aber es ist ein Männchen, die brauchen wir nicht. Nein, das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Die brauchen die nicht bunten Federn. Nicht bunte Federn. Ich habe mir den so genau angeguckt. Das ist ein Männchen. Ja, aber es kann ja als Ersatz sein. Aber nicht nur ein Männchen, ein Männchen. Aber Fahrdrache, Drache. Shit, 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 shit. Bringt euch in Sicherheit. Das ist ein Drache. Wie es Baloui schon wusste. Das war eine Falle. Baloui, wo bist du? Der hinterhältige Schiff, ey. Genau, der hinterhältige Schiff ist einfach mal als Erster gestorben. Und als Einziger bisher. Baloui, wo bist du? Baloui, ich komme zu dir. Warte kurz, ich baue mich durch. Also dafür, dass kein Drache da war, aber es ist relativ gut verbrannt. Kasse, er hat uns in eine Falle gelockt. Und damit darf ich jetzt die Folge beenden. Damit dürfte er, meinst du, soll ich jetzt auch weg sein, oder? Voll. Manchmal, manchmal nicht. Ich stelle uns als Verräter hin und wir kommen auf die Folge. Los jetzt, Ben, die Folge. Verräter. Schaut bei Baloui vorbei und auch bei Miri. Und ja, bleibt schön. Wau, 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 wau. Bleibt sich feurig. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.